In Archicad könnt ihr eure Geschossdecken vergrößern, verkleinern, die Ecken abfasen oder abrunden, Öffnungen in beliebiger Form einschneiden und Einschnitte vornehmen. Ich zeige euch, wie es geht. Bleibt dran! Die Decke ist gezeichnet, jetzt können wir sie bearbeiten, zum Beispiel vergrößern. Wir können Öffnungen hineinschneiden, wir können ihre Kanten bearbeiten, wir können ihre Ecken bearbeiten. Bitte achtet darauf, dass beim Bearbeiten der Decke fast immer das Deckenwerkzeug aktiv sein muss und dass wir sie auch auswählen dabei. Und da hatte ich den Trick schon gezeigt, man drückt dann die Shift-Taste und dann kann man die Decke auswählen, obwohl man eigentlich dieses Pfeilwerkzeug da oben gar nicht ausgewählt hat. Wenn ich jetzt auf eine dieser Kanten gehe und einfach nur draufklicke, dann sehe ich eine kleine Palette erscheinen. Ich kann die Maus loslassen. Archicad will zwar jetzt was machen, das ist aber gar nicht schlimm, weil wir sozusagen erst klicken müssten, um diesen vorgeschlagenen Transformationsprozess abzuschließen, welcher immer das jetzt gerade ist. In diesem Fall kann man schon sehen, soll diese Decke verschoben werden. Das ist dieses kleine Icon hier. Ich kann jetzt auch hier einfach mal der Reihe nach durchgucken, neuen Knotenpunkt hinzufügen, eine Kante abrunden, Segment mit der Tangente. Ich kann diese Kante versetzen, ich kann alle Kanten versetzen, ich kann Flächen hinzufügen und abziehen, ich kann die Seitenfläche dieser Decke abschrägen und ich kann das Objekt insgesamt verschieben, drehen, spiegeln und multiplizieren. So, nehmen wir mal an, die Decke muss doch noch ein bisschen angepasst werden in der Länge und zwar nehmen wir mal zunächst mal eine Kante und jetzt kann ich zum Beispiel hier hinklicken und dann würde Archicad diese Decke verlängern. Ich mache es mal rückgängig. Das gleiche nochmal. Was man jetzt sieht, da steht Abstand, 0,444 in diesem Fall. Wenn ich das jetzt genau machen möchte, also wenn ich mich nicht an irgendeinem Punkt einfangen kann, sondern einfach sage, ich möchte die Decke um ein bestimmtes Maß verlängern, dann drücke ich die Taste R. Man sieht, das wird jetzt hier gehighlighted und dann kann ich eine Zahl schreiben, zum Beispiel 1, das wäre dann 1 Meter und Enter und dann ist das Ding 1 Meter breiter geworden an der Stelle. Nochmal Command Z. So, nur ganz kurz, das habt ihr schon geahnt, wenn ich jetzt da drauf gehe, erstmal wieder nicht klicke, dann auf die Option gehe, alle Kanten versetzen, dann macht Archicad das entsprechend in alle vier Richtungen und auch hier könnte ich das jetzt exakt machen. Ich mache es jetzt einfach mal nur nach Augenmaß. So, dann noch der Rest, ganz kurz angesprochen. Ganz wichtig, vielleicht noch die Möglichkeit, neue Punkte einzufügen. Das heißt, ich kann ganz schnell mal sagen, ich möchte doch eine komplexere Decke haben, nicht nur vier Seiten, sondern zum Beispiel fünf. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel hier einen Punkt einfügen, indem ich einfach da nochmal hinklicke, dann hätte ich da einen weiteren Punkt und dann könnte man zum Beispiel diesen Punkt nehmen, indem man da draufklickt und könnte den mit dieser Option hier, Knotenpunkten verschieben, auch in eine beliebige Richtung verziehen. Ich mache das mal wieder rückgängig. Bleiben wir mal bei den Punkten. Ich gehe jetzt mal auf den vorderen Eckpunkt. Da gibt es jetzt ein bisschen andere Optionen, zum Teil die gleichen. Alle Kanten versetzen darf ich hier auch machen, das kenne ich auch schon. Wenn ich einen Punkt auswähle, kann ich die Decke dicker machen, und zwar überall. Ich nehme aus der Lupe raus. Wenn ich jetzt hier hochgehe, ist die Decke also dicker. Wichtigste Funktion vielleicht für den Punkt ist, dass ich den Punkt abrunden oder abschrägen kann. Dann darf ich dann einen Radius eingeben. Ich gebe mal einen Meter ein, damit das ein bisschen üppiger ausfällt. Ich kann dann noch wählen zwischen Abrundung und Abschrägung. Nehmen wir mal die Abrundung zuerst und sagen, erst mal auch nicht auf alle Ecken anwenden, sondern nur auf die vordere. Dann bekomme ich eine heißbogenförmige Eckenausbildung. Ich mache es mal wieder rückgängig. Gehe nochmal rein. Ich nehme nochmal das Gleiche und sage jetzt Abschrägung, ein Meter und diesmal auf alle Ecken anwenden. Dann sind alle Ecken abgeschrägt. Jetzt zeige ich euch noch, wie man Öffnungen entdecken bekommt. Dazu muss die Decke, in die man die Öffnungen zeichnen möchte, ausgewählt sein. Und das Deckenwerkzeug muss auch aktiv sein. Weil schon eine Decke ausgewählt ist, zeichnet man keine neue Decke, sondern eine Subtraktion in eine vorhandene Decke, also eine Öffnung. Also Decke ist ausgewählt, Deckenwerkzeug ist aktiv. Jetzt habe ich wieder meine Geometrie-Methoden. Polygon, Rechteck, gedrehtes Rechteck. Man kann jetzt hier hineinzeichnen, zum Beispiel ein Rechteck. Und man sieht schon, das ist eine Öffnung geworden. Ich kann auch partiell außerhalb dieser Decke zeichnen. Dann bekomme ich einen solchen Einschnitt. Also, so geht es. Decke auswählen, Deckenwerkzeug auswählen und einfach loszeichnen. Versteht sich natürlich von selbst, dass wenn ich da wieder mit exakten Werten arbeiten möchte, die dann entsprechend beim Zeichnen eingeben muss. XY oder eben R für Abstand. Und jetzt zeige ich an dieser Stelle nochmal die anderen Geometrie-Methoden. Das habe ich bei der Decke selbst ja nicht gemacht. Polygon. Auch hier gilt natürlich, dass ich außerhalb der Decke zeichnen kann. So, und das gedrehte Rechteck zeige ich auch noch. Das geht so. Man zeichnet einen Anfangsvektor mit zwei Klicks. Der gibt quasi eine Basisseite dieses Rechtecks vor. Und ein dritter Klick gibt dann die Lage der parallel dazu verschobenen zweiten Kante an. Und das ist dann eben im Resultat ein gedrehtes verschobenen zweiten Kante. Und auch wie man diese Öffnung bearbeiten kann. Wenn ich zum Beispiel diese Eckpunkte dieser rechtwinkligen Öffnung ausgerundet haben möchte, dann muss ich erst diese Öffnung alleine auswählen. Und dann kann ich das gleiche machen wie eben bei der Decke auch, dass ich die Punkte anklicke und die entsprechenden Optionen wähle. Also ich muss zunächst mal alles abwählen. Und kann dann mit gedrückter Shift-Taste diese Öffnung alleine anwählen. Das heißt, ich gehe auf eine ihrer Kanten. Man sieht jetzt, ich habe nur diese Öffnung ausgewählt. Man sieht die Punkte dort. Man sieht auch, dass der Rest der Decke auch irgendwie aktiv ist, aber nur so halb. Man sieht also keine Punkte. Das ist auch jetzt genau die richtige Situation, um nur diese eine Öffnung zu bearbeiten. Ich gehe mal da so ein bisschen ran. Ich möchte jetzt die Ecken ausrunden. Ich gehe also auf einen dieser Punkte, zum Beispiel hier vorne. Klick da drauf. Bekomme die gleichen Optionen wie eben für die gesamte Decke. Und kann jetzt auf Abrunden und Abschrägen klicken. Abrundung 0,5 auf alle Ecken anwenden. Das heißt, auf alle Ecken dieser Öffnung. Und dann habe ich hier eine solche Öffnung produziert. Alle anderen Optionen, sowohl für Kanten als auch für Punkte, funktionieren bei Öffnungen auch. Nur als Beispiel. Ich kann alle Kanten versetzen wählen. Und dann kann ich diese Öffnung entsprechend größer machen. So, liebe Kolleginnen, das war es zum Thema. Deckenwerkzeug in Archicad, Nachbearbeitung und Öffnung. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Als nächstes bereite ich Videos zu neuen Treppenwerkzeugen vor. Bleibt also dabei. Und wenn ihr das Ganze nochmal in Ruhe nachvollziehen wollt, in meinem Blog aus sonnermann.com gibt es eine Textfassung dieses Videos. Ich glaube, dass ein sehres Synplate那麼 ist.